Ah, salabon suave und bye bye echo. Halli, 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 chau, chau, chau und mega heiße im Startzeit. Die Nüsse sind euch gekrault. Wir sind unterwegs heute auf der Sweeten-Map-Grenzel. Natürlich im Ranked zusammen mit Mabossa und nach langer, langer Abstinenz auch wieder mit dem guten Pickler. Hallöchen. Hallöchen, hallo, 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 hallo. Ja, okay, weiter geht. Die Freude ist groß. Ähm, was, ich glaube, ich mache Kapkan. Mira ist gebannt? Digga, was soll ich jetzt machen? Pulse ist auch weg? Bruder! Mein Nüsse kräumt. Jäger spielt. Raquille, ne Raquille, ne Raquille. Jäger ist auch weg. Ja, ja! Ey, Tachanka Mavi, das ist Rekt, Junge! Ja, er sagt Jäger, ich drücke auf Jäger, Jäger ist auch weg. Warte, er pickt Jäger. Oh, ich sag so, nimm Jäger, ich das auch ne, warte, dann nimm ich Jäger, dann kannst du Weltkrieg spielen, weil du damit R spielst. Ja. Ja! Boah, ne Live-Foot-Shot-Shows, der erste Runde, er beginnt. Checkt gerne unsere Beschreibung, habt da viele Links zu unseren beiden Partnern, Triebwerk und Instagaming. Könnt ihr günstig Games kaufen und supporten dabei, gleichzeitig Geld sparen. Außerdem könnt ihr euch nach einem geilen, schönen, lecker Booster umgucken. Und, natürlich auch der Link zu Twitch, ich bin fünf bis sechs Tage die Woche am Livestream, bestimmt ungefähr fünf Stunden am Tag, also wirklich jeden Tag online. Kommen Sie rum, ich freue mich auf euch und außerdem steckt den Link ab zu Opicula, auch der ist in der Beschreibung. Dankeschön. Oh yeah. Ich muss sagen, hier geht aber Tachanka. War nicht so scheiße. Bis Bug oder Sledge von unten kommt. Mit Sledge einer Granate oder so. Oder Ash. Oh, stimmt. Ja. Ja. Hast recht. Das vertikale Gameplay ist strong in der Grenze. Ja. Ja, sind wir jetzt alle hier objective? Wollt ihr mich alle verkackern oder was? Nein. Der Bolt ist da. Ich bin hier immer nebenan. Aber B ist jetzt relativ free, ne? Dann rötiere ich nochmal rüber. Nee, alles gut. Ich gehe gleich wieder B. Okay. Dann kannst du nochmal rüber rotieren. Ja, aber hier auf dem Balconi ist schon was. Warte mal, ich gebe dir noch einen Jäger, der weiß. Gut, dass diese ganze Wand hier auf ist und man hier nirgendwo safe ist. Passt auf. Wir machen mal kurz. Oh, wir haben noch zwei Games. Unter uns. Oh, Maverick ist hier. Was heißt hier? Ah, klar. East stairs, kommt was. I know we played jetzt Balcony. Maverick down. Nice. Wow, Kapital ist drin in A, also bei der Tür auf wieder. Ja, in der Tür. Aber am nächsten. Ich glaube am wenigsten ist es auch noch einer am Window. Am Window, Ventilation Window. Oder wie das heißt. In Reine Gang. Der Balcony. Jo, ist tot. Unter uns ist immer noch Action. Satisfaction. Der lässt sich verbrennen. Ventilation, Ventilation ist was? Da ist die Nomad, glaube ich. Okay, Nomad steht auf dem Teil vor dem Fenster. Genau. Okay. Ventilation, glaube ich. LOL. Nicht gut. Einer ist East stairs. IQ ist erst. Jo, im hallway. Unter mir ist einer. Schön, dicker. IQ habe ich. Nein! Ich glaube, Sandwich bin da. Ey, warum? Nomad ist da. Nomad ist da. Nomad ist da drin. Ich habe mich auch gefragt, warum ihr die Wand da aufgemacht habt. Nur noch Bug von unten, glaube ich. Ja, nur noch Bug von unten, ja. Achso, das ist der erste Lebende. LOL. Vielleicht auch East stairs? Ja, kommt hier auf mich, glaube ich. Nice, perfekt. Auch nicht. Habe ich ihn ruhig hergehört. Alter, ich wusste, dass mich diese Wand umbringt. Ich hasse das. Leute, bitte nie wieder machen. Das ist so schlecht. Ich hatte nur den Call. Nomad ist schon drin, nur noch Bug unten. Und ich dachte, Nomad lebt noch. Richtig intensiv in den Raum reingegangen, Alter. Alles abgescammt. Irgendeine Leiche reingeschossen. Easy. Custom Inspections. Custom Inspections Supply. Nicht lieber Ventilation Workshop. Ventilation Workshop. Gehen wir in die Rede. Ja, eben gerade wollten alle Supply. Oh, ja. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ich habe nichts zu sagen. Da spiele ich Mozzie. Welche findest du besser bei Mozzie? Kommando oder die Roni? Ich oder Marvin. Ich doch nicht. Ich spiele Mozzie nicht so, aber ich spiele immer da die andere. Nicht die, die du jetzt hast, sondern die andere. Der andere. Der andere linke Hoden. Den Gegenteil. Der anderen. Den anderen. Hallo. Hallo. Stell dir mal vor, du kannst wirklich sagen, der andere linke Hoden. Bist du der G? Wie er Chef braucht es, ey. Ja, der dreihodrige ist der G? Dann hängen die beide mittig. Zwei hodrigen. Sag's euch. Ist so. Einfach sind keine Drohnen. Wo sind denn Drone? Ich habe schon einen Drone-Ace gemacht. Tut mir leid. Scheiße. Hier war einer, aber die ist weg. Oder ich gehe trotzdem mal einfach dran an der Tür. Ja. Die Hedges sind nicht so, ne. Hier ist noch offen. Kannst du zumindest die Einhobien flossen? Ne, ne, ne. Du hast nichts, oder was? Ne. Weiß nicht. Da muss ich hochkommen. Aber wenn ich jetzt hochkomme, ist wieder keiner auf irgendeinem Spot, ne? Oh, shit. Das ist muy scheiße. Muy kackern. Ring for the hatch, please, guys. Oh, someone has to come down. I'm alone in the spot spot. Jo, jo, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, fuck. I'm coming, I'm coming. Dann gehe ich kurz hoch. For the hatch. Boah, ich decke von Marvin. Okay, ich gehe mal rüber. Meine Drohnen, ich hatte es weg. Der already in Custom Supplies. Oh, fuck. Jo. Digga, hier höre ich keinen. Also bei dem Flug, Flug, äh. Oh, fuck, der ist tot. Bei Liner, ne? Unter uns? Unter uns, die sind schon auf B, Leute. Was ist wie auf B? Oh, shit. Fuck. Muss abbauen. Der ist gedaunt. Ash ist down. Schön. Oh, mein Gott. Kommst du jetzt her? Ja, ich habe einen kleinen Urlaub gemacht. Über mich wird aufgebeacht. Ja, oben ist das. Hier, hier ist was, ja? Defuser down. Defuser down. Defuser down. Hier oben ist einer. Hier. Ich glaube, durch die Hedge kommt jetzt jemand. Immer noch hier einer. Markt. Kommt nicht durch, ne? Anders ist mein Legion-Domain getreten. Ja, wo denn? Ich weiß es nicht. Über mir. Im Gang bei Mainstairs. Jo. Immer noch oben. Immer noch hier. Einer. Wow. Der ist, der ist, der ist Blackbeard in Custom Supplies. Anders hier vorne an der A-Door. Rett rüber. Ist jetzt hier. Rett rüber. In B rein. Der letzte ist oben. Hier. Der letzte ist oben. Hier. Markt. Hier. Markt. Ja, ich komme. Oh, fuck. Scheiße. Er ist an der Hedge. An der Hedge ist da oben. Ja. Habe ich doch gerade gemacht. Ja. Ich dachte, der wäre... Ich aim auf die Hedge. Ich aim auf die Hedge. Hier ist er. Hier ist er. Er läuft hier rüber. Warte. Ja, der droppt wahrscheinlich main. Er geht wahrscheinlich raus und kommt hier rein. Obwohl, stimmt. Ihr habt ihn in die Füße. Ja, er ist reingegangen. Main door. Main door. Alter. Kill right up. Ich habe Marvys Leben gerettet. Ja, hast du. Vor allem habe ich dich nicht gekillt dabei. Ja. Ja, sehr gut. Die Salami-Mossi. Die Salami-Mossi. Hm. Salami, Junge. Es ist einfach immer so Jolo, Alter. Ich werde im Stream sagen, Leute, ich soll nicht mit dem Skin rank zocken, weil das einfach zu Jolo ist. Hä? Geil ist der. Einfach übertrieben aufmerksam. Hast du diesen... Aufreiben? Gelb. Wie dein Arschloch. Oder was? Sehr zerreiben. Genau, ja. Der hat diesen Pizza-Mossi halt, ne? Oh Gott. Mit dem Gockel auf dem Kopf. Custom Inspection. Der Gockel macht Mossi normal einfach den Kopf größer. Ich habe gestern nämlich auch mit so einem gespielt und dann dachte ich so, ja, wenn ich irgendwie jemanden auf dem Fenster pieke, der Mossi ist und dieses Skin hat... Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Konzentrieren. Oryx. Äh, Oryx wollte ich. Warum nicht Tachanka wieder? Hä? Warum sollen wir uns konzentrieren, wenn du nicht weißt, was ich leben sollst? Ja, weil ihr euch kein bisschen abspricht, wer was macht, sondern einfach nur, äh, also ich habe einen kleinen Hunden und, äh, ach, meiner ist kleiner, ach so. Ja, ich mache jetzt einen Eis. Und Marvin hat sich rausgehalten, weil er ist der kleinste. Marvin überlegt gerade auf dem Konter rum, aber findet keinen. Ne, ich habe doch schon längst, äh, agiert in der Cam. Ich mache hier den Bruder auf, obwohl, soll ich den Bruder... Ja, ich mache ihn auf. Mach ihn auf. Eine Drohne habe ich erwischt. Oookay. Damit sollte ich die Granaten von den Battle-Batteries weghalten. Frage ist, wo stelle ich... ...mein Mobile Shield auf. Vielleicht so. Hä? Jetzt gleich kommt eine Nade wahrscheinlich. Nein, 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 nein. They're from Nade. Braucht noch ein paar Sekunden, bis ich wieder ein Gerät habe. Die hängt wieder. Oh, nice. Das war Montagne, glaube ich. Ein Blitz. Irgendwas wird chillt am Wind. Ja, ja. Copy, Banner. Hi. Hallo, darf ich auch was sagen? Wo sind die? Wo sind die? Hier hinten, hier hinten, hier hinten. Markieren, markieren. Ach, da hinten. Ist auch noch irgendwas hier vorne? Ich weiß nicht, ist das ein Blackbeard gewesen? Ne, ist die Nomad, Nomad, Nomad. Ich weiß gar nicht, wo du da bist. Könntest versuchen, oben rauszuspringen. Ja, das will ich ja, aber ich weiß ja nicht, wo die sind. Genau da, wo ich markiert habe, so der 27 Meter Pink da von dir. Genau da ist ungefähr die Nomad. Los, auf geht's. Ja, aber wenn einer links ist, wird mein Arschloch hier wieder entfernt. Ich wurde gerade gespottet. Hau ab. Ich bin leider in die Nomad-Ladung gelaufen. Sonst hätte ich ihn gekühlt. Scheiße. Egal, der Marvin macht das schon. Hier ist Nomad. Nomad in Behind Shop Shop. Toilets, showers. Hier ist auf jeden Fall was gewesen. Ja, die haben da gebreed. Pushing, pushing inspections. Ich glaube, weiter links schon von dir Marvin. Hier, Jekyll. Jekyll, Marvin. Wo ist das? Bei dir? Links schon, der wird geplantet worden. Ist aber weggegangen. Kommt jetzt bei dir links, Marvin. Nein! Aber der Planta ist tot. In the door, in the door. Planting, planting, planting. Meine Arschhaare. Man muss weiter nach links gucken. Ja. Wie hat das funktioniert? Ich höre Marvin nur so schreien. Ich wäre in 98 von 100 Malen gestorben in der Situation. Und hätte sogar noch ein Team mitgenommen. Mindestens. Fastblend, oder? Und das Gameplay gecrasht. Fastblend, oder sowas von. Zu dritt, Digga. Zu dritt, auf jeden Fall. Achso, die gehen eh nach oben. Okay, ab. Wollte ich jetzt sagen, ja. Wollen wir da auch Fastblend machen? Fastblend. Ey, da machen wir auch Fastblend. Oben, aber von wo kommen wir dann? Von Office, oder was ist das? Ja, von Office. Von unten, von hinten. Das sehen die uns nicht. Ist der Erschmut? Fastblend, Rush, Rush, Office. Ich weiß, was in dem da ist, was das hilft. Capital vielleicht? Nee, ja. Capital ist gut. Ja, mit schönen AS2-Smoken. Wenn ein C4 kommt, sind wir auf der Marsch. Und wir nicht wissen, wo wir sind. Ja, Rhabarber-Salat. Eine Runde frei haben wir. Rhabarber-Marmelade? Nächste Runde wieder. Der gute Rhabarber. Die ist wahrscheinlich so wirklich, ne? Ja, natürlich. Wobei, ist sich die Rhabarber irgendwie giftig? Rhabarber. Es gibt ja auch Rhabarber-Marmelade hier. Ja, wenn das roh ist, ist es giftig. Du musst, glaube ich, erst kochen. Ja, das weiß ich doch nicht. Bin ich hier Koch-Experte? Nein, du musst das mit Fickarien einrühren. Ach stimmt, doch. Ich bin Koch-Experte. Ich bin Bolognese-Macher. Ich komme vom Land, Digga. Wir hatten früher sogar so einen Obstgarten. Da gab es ganz viel Rhabarber drin, ne? Auch Schnecken? Und meine Mutter, glaube ich, immer gesagt, wir würden Rhabarber nicht so essen. Bereiten Feuer. Sehr interessant, sehr interessant. Wo spawnen wir? Ich würde gerne in den Bus hochgehen. Ihr rusht am besten irgendwo anders. Dann gehe ich East. Ja, East natürlich, wenn wir Office rushen wollen. Oh, 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 ost, 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 ost. Obwohl ich hier CC ran. Okay, ich bin für den Fastlane mit Marvin alleine. Quatsch. Soll ich den Bruder hier direkt aufmachen? Ja, ne? Die Wand. Fenster oder was? Nee, nee, die Wand. Ja, ne? Eigentlich muss die Wand nicht auf. Wir können ins Fenster rein. Okay. Danach aufheben. Ich würde nur kurz rein, drone. Da ist gerade Jäger, äh, Bandit. Ja! An der Tür ist einer. Er ist lost. Pass auf, direkt da links. Nicht da? Im Gang. I kill your mother. Junge, Alter. Der fast Walle weggescheppert. Hey, hey, hey. Ja, da war ich mit Lolo unterwegs. Free Fire dahin. Ja. Ah, okay. Geht. Warte, ich drohe mal kurz, Deko. Ja, mach mal kurz. Hast du ne Drohne für mich? Dann kann ich auch nachschauen. Oh, fuck. Bandit ist direkt drin. Direkt an der Tür. Können wir nicht irgendwie... Was auch, kannst du dir ne Pumpkan hier reinschießen oder sowas? Ich hab ne Pistole dabei. Warum hast du die Pistole dabei? Weil ich geil bin. Ah, direkt verbindet. Oh, später. Ja. Also. Ttv. Ella, Lefter. Ella, Lefter. Schön. Yes, yes, yes. Ich sehe leider nichts. Über dir, über dir, ja genau. Hast du noch eine Cam? Erstmal schön scannen und dann regelst du das. In der Tür. Bestimmt weggegangen, oder? Oh, die Pumpkan? Ja. Die Pumpkan, ja. Das ist am besten nicht zu close. Vielleicht ist sie auch rechts. Ich weiß es nicht. Ja, klingt nach rechts. Flank, man, flank. Ja, rechts von der Bombe, schade. Die Pumpkan ist echt sau stark von da. Alter, sogar auf die Entfernung hat er mich getwittert, ey. Vor allem bei so einem kleinen Engel, da müsste doch eigentlich die Hälfte davon in die... Alter Schwede. Schade. Ja, ich war aber drauf, ey. Ich hab sie auch getroffen, aber es war kein Headshot. Und er sagt, sie flankt. Wollen wir nochmal Fassband versuchen, oder lieber geschult jetzt? Äh, ich überleg grad, ich glaube es wäre schlauer, wobei... Ja doch, Fassband wären nicht schlecht, wir sind ja diesmal, ähm... Workshop wahrscheinlich. Lion Land. Falls willst du Capital haben, dann nehm ich Lion mit. Dann nehm ich Lion mit. Gritlock will ich haben, ja. Sobald die ein Echo haben, oder oben auf ist, Abbruch. Okay. Ja, oder sonst geh ich einfach oben mit Lion. Und dann geb ich euch die Lion-Fähigkeit und clear alles von oben. Ich glaub, ich hätte eigentlich anders rumgehen müssen, hätte auf Vapery anglaufen müssen. Der Raum ist größer. Wäre schlauer gewesen, wie ein Pumpgun. Ja. Aber das hätte sie wahrscheinlich auch wieder gecheckt und dann hätte sie da um die Ecke gewartet. Deswegen jo. Oh nein, ich hätte zu 4 picken müssen. Zu 4. Ohhhh. Ohhhh. Ich bin doch zu 4 Elite-MVP. Ohhhh. Ich werd nicht mal aus aus weißem MVP, oder bin ich zu 4? Wenn wir gewinnen, Bruder. Vapery haben sie schonmal, okay. Wenn wir gewinnen. Ich überhole dich jetzt eh diese Runde mit den Kills, also... Hau auf dir nix. Hau auf damit. Jäger haben sie. Don't be hatin'. Oh Leute, ich weiß nicht, ob das was wird. Komm nicht rein, der Jäger steht davor. Hat keine Hobbys. Egal, auf geht's. Abbruch? Auf geht's, rein da. Ich weiß nicht. Du müsstest, wenn du reinkommst in den Raum, müsstest du hier am Fenster das Jäger... Die weiß kaputt schießen noch. Da schaff ich nicht. Warte, West. Da schaffst du das. Okay. Ein Schuss. Also, wo? Auf welcher Seite ist das? Direkt an deiner Drohne. Am Fenster. Links vom Fenster, sozusagen. Der ist auf! Wenn du reinspringst. Der ist auf! 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 Wenn Du Felix mit dann noch einmal slideschieren! Einmal bitte Calls! Die Cockples! Hier Custom Inspections! Warte. irgendwas bist du wusste ich doch ich glaube über mir meine Drohne weg, ja ne? ja Clash pusht mich weg Komme Legion ist da noch Rechts irgendwo Rechts, ohja Ja, Legion ist da hinten Pass auf, der Legion ist da noch gewesen Nee, ich muss hier weg, shit, ey Pinker ist über die AFK Ja, die macht nichts Komm am Fenster, glaube ich Wow Ja, shit Uh Oh Oben was Hier rein Oh fuck Jetzt ist Clash hier oder was? Oben war noch einer Ja, oben ist die Vakery Nee, sie will nicht Ja, wir müssen jetzt pushen, Bruder Vakery ist unten Inspections Ja, tot Nee Ich musste reinkommen Lisa, noch ein Leben, Bruder Aber haben wir verkackt Oh, ein Bruder Ein Bruder, ein Bruder, ein Bruder Ein Bruder, ein Bruder, ein Bruder Schade Nooo Da war er Egal, dann kann Deko jetzt so vier picken und dann macht er jetzt einen Ace und dann Ja, muss ich nur zwei Kills machen Mui Kake Okay, Fastblend sollten wir nicht nochmal versuchen, wobei wir haben es ja eh abgebrochen Ja Zwei Leute sofort tot Finca war AFK Deko sofort tot Das war echt scheiße, ey Ja Der war Mai schnell eiskalt bei Weppe, bei Workshop eiskalt mit in der Tür Ich hab nicht damit gerechnet, dass da einfach einer mit in der Tür steht, YOLO Ja, war ja ein Schild, ne Okay War Mai Achso, ganz am Anfang war da ein Schild War kein Schild bei mir Okay, wohin gehen die jetzt? Ähm Firmat wär gut, Hibana, ich nehm Hibana Wahrscheinlich gehen sie entweder hier Inspection oder wie Warum hab ich schon wieder eine Infusor mit Ash? Irgendwie Inspection oder wie, oder, oder Customs Oder Office Ding Breacher Was gibt's noch? Ah Telos Die können nur noch Telos und jetzt Customs gehen Ja Ja, ja Oben müsst ihr Also CCTV oder Office Halalalalalala Okay, das äh, ja, ging ja richtig hart da hinten los Aber diesmal holen wir sie uns Da müssen wir auf jeden Fall aufmachen Ähm, da werde ich jetzt erst nach oben gehen, um die Hedge aufzumachen Ja Und dann... Und dann würde ich über East erst runterpushen Aber erstmal oben Deck aufmachen Ja, und erstmal überleben dabei Ja Da war ja doch einer, ne Ich glaube Mosi oder sowas, glaube ich Da Oder der kann mir da entgegen, irgendwas rotes Ja, das war Vakery, Vakery, das hat auch diesen scheiß hässlichen roten Skrönen Oh, ich hab den selbst wiederbekommen, was ist das denn für eine Scheiße? Ich, ich leg ihn ab und krieg ihn wieder Ha Gab's da nicht so einen Delay? Delay? Oh, ja da ist einer drin, CC So einen Delay, bis du ihn wieder aufzumachen kannst So Ist er immer noch da oder was? Die Wecken Ja, Jäger, on ping Okay Okay Jetzt auf der rechten Seite Ja Dann geht es Dort Ja, nice is down Sehr gut Der hat sich den gesnackt Stopion Okay, wird aufgemacht Oben ist clear, ja Perfekt Jetzt brauche ich hier nochmal Support jemand mit Granaten Haben wir nicht, ne? Ja, shit, dann Dann geh ich hier lang Clash, das kannst du, wie ich es genau hier anfing Hä? Komisch BTF, Junge Ey, warum sterbe ich denn immer so behindert? Ja, wo ist der Diffuser? Wir können auf Inspection reingehen Der ist genau neben dir Ach nee, nicht gerade Von da kann er mich gefühlt Boah, da sind sogar zwei Leute Ja, sehr gut Aber die Clash ist noch da Du kannst unten hier planten eigentlich, ne? Na, ja, okay, warte, ich komme zu dir Warte, wo ist die Clash? Warte, ich schau kurz Die ist genau hier irgendwie da Okay Okay, die hat mich einfach gepusht, weil ich niemanden in der Drohne hatte Tot Sehr gut Noch einer Der letzte ist Ne, ist objektiv Okay, ne Fahr mit der Drohne rum Mach das safe Oh Sehr gut Sehr gut Ja, der Scorpion ist hier geholt und ich habe die letzten zwei Runden richtig hart verkackt Ich bin einfach scheiße gestorben Aber wir haben alles geöffnet, was geöffnet werden musste Perfekt! Alle Löcher wurden geöffnet, Diggaß Gestorben Aber Fastblend war eher ein Fail diesmal Ja Die Runde lief nicht so gut Da bin ich auch wirklich scheiße gestorben Diese Runde jetzt bin ich an Lucky gestorben 3% 32% der Verwärts 19,9 In meinen Teschmuchachos Sowido Wenn es euch gefallen hat, scheppert die Daumen nach oben Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder Checkt die Beschreibung raus Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Bye, bye